Unverzüglich! Hier! Folgt mir! Ja, er dringt in den schwarzen Dschunglein und sucht nach dem Knochen-Tempel. Der Maskierte und der Zirkel verbergt sich im Knochen-Tempel. Der Heimstaat Sarachs. Dort ist auch Darius gefangen. Wenn ihr den Tempel nicht zu frei dient, dann müsst ihr dem Zirkel gegenüber treten. Schlagt sie zurück! Die Diener der Nacht sind hier! Elend Segen! Die Diener der Nacht sind hier! Die Diener der Nacht sind hier! Sie kreisen uns ein! Ich höre? Seid auf der Hut! Schlagt sie zurück! Schlagt sie zurück! Schließt die Reihen! Halte durch, Männer! Nur zu! Auf geht's! So, ein Verteidiger! Es sind zu viele! Ja, blockiert die Höhen mit eurem Truppen, um den Nachschritt der Eisernen aufzuhalten. Verstärkt dieser Knochen-Tempel! Verstärkt dieser Knochen-Tempel! Verstärkt dieser Knochen-Tempel! Verstärkt die Höhen mit euren Truppen, dann solltet ihr die Verstärkung der Eisernen leichter abfangen. Überall! Zumal er werden geschlossen! Ich höre... Seid auf der Hut! Ruf die wachen Schwestern! Ja, meine Jäger könnt ihr ruhig töten, wenn sie einfach da rüberrennen. Schützt mich! Die Ahnen rufen uns! Feindliche Angriff! Achtung! Achtung! Das Tor ist verschlossen. Ein großer Schlüssel könnte es öffnen. Die großen Torschlüssel verwenden. Der Schlüssel passt, das Tor öffnet sich. Hi! Nehmt den Dank eines Verdammten, Kamerad. Ihr seid ein mächtiger Runenkrieger. Und ihr seid frei. Frei wie ich. Wer seid ihr? Frei? Ja, er kann mir meine Rune nicht mehr nehmen. Aber seht ihr diese Klinge hier? Sie frisst meine Seele. Tag für Tag wird ihr eisiger Griff um meinen Geist stärker. Und Hocan Aschir ist der Einzige, der mir Heilung geben kann. Aber er hat nur mit mir gespielt und mich schließlich hier angekettet, um zu sehen, wie das Schwert mich langsam zu einem Schatten werden lässt. Bitte nehmt die Hilfe eines Verfluchten an. Ich habe nicht mehr viel Zeit, bis meine Seele gefriert. Lasst mich meine letzten Atemzüge nutzen, um dem Zirkel heimzuzahlen, was er mir angetan hat. Und so sind wir nicht mehr alleine. Das ist übrigens der... Wow. Auf dem Weg. Die Ahnen rufen uns! Die Ahnen rufen uns! Ja! Die Ahnen rufen uns! Die Diener der Nacht sind hier! Die Ahnen rufen uns! Die Ahnen rufen uns! Das ist eine Falle! Sie kreisen uns ein! Die Ahnen rufen uns! Die Ahnen rufen uns! Die Ahnen rufen uns! Die Ahnen rufen uns! Ja! Vorwärts! Bringen wir uns lieber in Sicherheit. Wir werden hier vollkommen überrannt. Sie kreisen uns ein! Sie kreisen uns ein! Es sind zu viele! Das ist eine Falle! Feindlicher Angriff! Das ist euer letzter Fehler! Sie kreisen uns ein! Mehr davon! Los! Wehrt euch, Schwestern! Also jedenfalls unsere Truppen werden gerade übelst dezimiert. fly-es! Timmts! Sie kreisen uns ein! Oh! Sie kreisen uns ein! Es sind zu viele! Es kreisen uns ein! Tp-spil Sie kreisen uns ein! Sie kreisen uns ein! Ja, der Schattenkrieger zum Glück, wenn er stirbt, dann wird er einfach wiederbelebt. Ja, das Problem ist, Quake ist noch da oben, den sollte ich auch noch retten. Ja, der Schattenkrieger zum Glück ist, dass die Schattenkrieger zum Glück ist. Und ja, ich sollte wieder eine Armee aufbauen, aber dieses Mal brauche ich, glaube ich, keine. Und ich sollte mal dringend speichern. Und ja, ich hätte über den Normalen drüber speichern können. Ach, jetzt ist der Schattenkrieger hier. Und ja, ich sollte mal dringend speichern. Okay, das ist jetzt nicht so praktisch. Okay. 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 Und ja, der Schattenkrieger ist halt die super Sparvariante von unserem Charakter aus der Arjen-Kampagne. Okay. 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 Das fyß. Okay. 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 mehr Verteidiger, noch mehr Windschützen.